hallo und herzlich willkommen bei Virtue Schüsse Numero und Volle Creative was sagt dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal doch zwei Tage nach Weihnachten also zweiter Weihnachtsfeiertag um genau zu sein ich hoffe ihr seid einer der glücklichen Licht arbeiten müssen so wie ich das weiß ich jetzt schon auch wenn ich im Voraus aufnehme aber ja nicht immer so viel aber jetzt die Tage ein bisschen mehr weil Weihnachten etc und dann kommt ich habe das hier mal fertiggestellt mega gut dass wir das schon mal haben hier fehlt jetzt nur Wasser das muss hier dementsprechend dann auch angepasst werden werde ich eventuell sogar vielleicht durch einen kleinen Tunnel dann angehen wir müssen uns aber jetzt den nächsten Abschnitt der Blueprint vornehmen und das jetzt wird es kompliziert weil jetzt kommt hier schon die Turmnähe also ich bin einen Fuß hinter dem zweiten Turm gucken wir mal ich habe noch keine Ahnung ich das mache mit dem Turm mit der Kurve wenn das hier mal auftaucht ganz theoretisch können wir es nur bis hier her angehen da wo der Punkt ist weiter geht nicht ich brauche nicht mehr so tief weil das habe ich hier da alles auch schon stehen okay warum das hier mit dem Wasser jetzt nicht funktioniert weiß ich auch nicht also einen Fuß dahinter so ich muss weiter runter reicht zwar immer noch nicht aber dann kann ich das da drüben so dann rein ballern ja da ist es ja er würde es nämlich auch schon glatt mit Turm machen aber kann man noch nicht machen geht leider nicht das heißt wir müssen hier jetzt richtig abpassen noch 1 2 3 4 36 also auf 32 so weiter geht nicht mies gelaufen muss ich mal sagen da oben brauchen wir nicht aber hier vielleicht noch die Kurve weg so nächstens den Abschnitt auch noch mal machen können das ist schwer ich habe noch keine Ahnung wie ich das handhaben werde falsche Richtung da muss ich hier kommt auch nur ein Turm auf die Seite sollte also alles recht zügig gehen nachher ein weiter runter nachher ein weiter runter den nachher so das hier geht zumindest auf das funktioniert schon dann kommen wir nämlich da wieder raus auf der Seite ist auch nicht so verkehrt hier müssen wir dann auch nur reingehen stattdessen das ist okay aber zumindest mal grob einen Überblick da das passt auch würde ich mal meinen immerhin würde ich sagen immerhin und stattdessen da können wir das mal hier direkt noch mal ändern dass wir hier erstmal nur den nehmen selbst das reicht nicht da muss ich das erstmal absafen da könnte ja doch reichen weil ich ja gar nicht alles zubauen muss dann soll ich dann bei mir auch schon um den Boden das den Berg lasse ich stehen mit Absicht auch hier den Kreis und so die ganze Rückseite das fehlt ja hier alles noch ja das ist logisch so ungefähr da mache ich dann am Ende passt ja soweit da gehen wir dann einfach hier so durch das heißt das hier können wir ruhig nochmal wegnehmen hier kommt der zum Einsatz so stehen sie ja auch schon direkt hier geht es auf jeden Fall erst mal so hier geht es auf jeden Fall erst mal so hier geht es auf jeden Fall erst mal so gehen wir das mal durch damit hier der Boden zumindest fertig ist jetzt auch schon die Hälfte geschafft dadurch so das ganze jetzt hier auch nochmal so mit der Blutwind geht es einfacher aber das ist alles und jetzt ist es auf jeden Fall jetzt ist es doch ganz einfach hier so und jetzt ist es ja auch recht easy eigentlich So, so und durch. Da, hin, da. Oh, wenn es nicht alle ist natürlich. Irgendwo ist aber eine Mitte mit zwei. Die war schon. Okay. Na, ich bin mir gut daran erinnert. Nee. Haben wir den jetzt hier falsch gemacht? Hier haben wir schon den Fehler gemacht. Ah, okay. Na gut, passiert. Da sind ja nur kleine Arbeiten, die geändert werden müssen. Vielleicht die auch direkt setzen, das stimmt allerdings. Und ich merke schon, langsam aber sicher muss ich aufhören. Da habe ich nämlich genug gestresst hier. Fängt das ordentlich an zu ruddeln. Mit den FPS. Also mit der Performance. So. So, wenn nur die Lampen von unten auch gut ist. Ich frage mich jetzt nicht, wo ich die wie gesetzt habe. Gut, das hier kann jeder halb auf dem Berg. So. Da kann ich ja hier gucken. Und jeden zweiten habe ich hier angeballert. Okay. Also da hin. Na, da komme ich so nicht ran. Ja, so war es das glaube ich schon. So. Dann machen wir das hier. Dann können wir das auch schon mal haben. Ach nee, die Seite müssen wir sowieso. Und vorne nochmal kopieren. Wir fangen einfach hier an. Wir haben halt den großen Vorteil, dass die Hälfte sowieso nicht gemacht werden muss. Hoffe ich mal, dass das ein Vorteil für uns ist. Wie dadurch keine Nachteile rausziehen. So. Ob das mit der Treppe halbwegs funktioniert, muss die natürlich ran. Hundert Stück. Wo sind die denn da? Sollte jetzt von der Warte her ziemlich einfach sein. Und wenn wir dann richtig fliegen können. Okay, die reichen definitiv nicht aus. So. Da rein. So. Ich glaube da erstmal der Turm steht irgendwie. Schön an den Berg gelehnt. So. Dann sieht alles soweit gut aus. Von der Seite. Richtig schön in den Berg einbauen. Ah verdammt. Trotz dessen, dass das hier so schön am Berg dran ist. Kacken wir mal die ganze Zeit ab. So. So. Nimm erstmal die Seite vor. Die freischwebende. Das ist klar, da steht, da steht, da steht, da steht, da ist noch einer und soweit so gut, die Seite passt, kommt hier noch der Weiße ran, hier müssen wir natürlich trotz allem auch alles so weit aufbauen, weil es geht natürlich nur. So, die stehen, die sind genauso weit alle klar. Doki Doki. Na das ist gut, hier ist gar nicht so viel was fehlt. Passt. Hier müssen wir aber nix weiter groß machen. Nö, sieht ganz gut aus. Fehlt da unten noch so viel. Ist nur der Weiße, ok. Können wir trotzdem schon mal angehen. So. Ist auch ok. Boah, ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich daran denke, wie ich den Rest machen muss. Also auf jeden Fall können wir noch mal einen ganz normalen von diesen Bögen dahin pflanzen. Anderthalb sogar. Aber dann ist vorbei mit lustig. Ja, von klein auf alles nochmal neu bauen hab ich jetzt auch nicht Bock. Also ihr wisst schon was ich meine. So. So. Passen. Das ist ja relativ unwichtig. Ne, da muss einer auf jeden Fall richtig hingesetzt werden. So. Aber gucken wir erstmal hier weiter. Das sieht gut aus. Ich glaub das kommt ganz gut, dass wir das jetzt hier nicht den Berg wegreißen. Denke ich mir so. Schmiegt sich ja schön an. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen mehr in den Berg verschwindet. Ja, der hört ja hier auf. Dahinter hab ich festgestellt. Zu meinem Bedauern natürlich. So. Und die Folge ist auch schon wieder um. Die ging schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hab ich bestimmt noch ein paar. Oder hab ich die alten. Naja. Ohja. Ja. Wie gesagt. Pause ist um. Ich werd das hier mal wieder in kleinster Müh fertig stellen. so dass wir uns in der nächsten Folge wieder sehen können. Um uns dann das Elend mit der Burg, der Kurve, dem Kreis, wie auch immer nochmal besser zu Gemüte führen können. Ich sag euch, das wird ein Spaß. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. So. Ei, 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 ei. Ich bin da noch sehr, ähm, na wie heißt es doch gleich. Skeptisch ob das alles so funktioniert. Wie das soll. So, ich verrecke gleich. So. Fertig. Aus. Wobei. Tschüss. Wobei. 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 Wobei.